Musik Ja, die Tiere haben ja noch mehr Sinne wie wir Menschen. Und die merken, dass die Natur jetzt auch bei uns hier fast auf 1000 Meter grün wird. Die riechen das Gras, jetzt ist die Winterzeit vorbei. Und jetzt drängt die natürlich auf die Weide, die wollen das frische Grün essen. Musik Jetzt war Weideauftrieb in Oberwiesenthal auf die Traumweide. Eigentlich für uns einer der schönsten Tage. Musik Also Alpakas wälzen sich ganz gerne. Das ist einfach so ein Zeichen von Wohlbefinden. Und sie haben hier ihre Stellen, an denen sie sich ganz besonders gerne wälzen. Und das haben sie jetzt natürlich gleich erstmal ausgiebig gemacht. Dabei ist das ein oder andere Alpaka jetzt umgefärbt von weiß auf schwarz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020